Joe! Hey, Joe! Hey, Zeit zum Aufstehen. Hast du gut geschlafen? Dale hat ein Bullseye am Schießstand fertig. Danke, dass du letzte Nacht bei Jack geblieben bist. Ich dachte, er würde nie einschlafen. Ob er wieder Fieber hatte? Vielleicht wollte er auch nur Zeit mit seinem Vater verbringen. Hey, Joe! Wie geht es Jack heute? Der Arme hat sich ja gestern Nacht die Lunge aus dem Leib gehustet. Morgen, Joe. Hör mal, Dale. Hat dein Bullseye fertig. Aber pass auf, er ist heute Morgen nicht gut drauf. Das geht so, seit uns der Birken ausging. Er braucht halt seinen Birken. Joe! Wo zum Teufel warst du so lange? Hier! Ich hab dein Bullseye repariert. Ich hab noch nicht geschossen. Du weißt doch, wie ungern ich an diesen alien Dingern befasse. Hey, guck mal! Joe! Mach mal! Mit dem Vizier geht das noch viel präziser. Zoom doch mal ran. Das war cool. Wenn du jemanden markierst, triffst du immer. Auch wenn du nicht auf ihn zielst. Klar, siehst du die... Nerf Joe nichts, sonst schmeiß ich euch beide raus. Ich hab einen Riss im Schaft des Bullseye ausgebessert. Mal sehen, ob's geht. Verpass dem Dummy mal was. Hat geklappt, würde ich sagen. Hm, okay, zeig mir die Magnum. Hm, ja, okay. Lass mich das Bullseye noch mal sehen. Und zwar sofort. Hey, Joe! Zeigst du mal, wie man eine Magnum abfeuert? Schau zu. Joe war in Sanctuary. Er weiß nicht. Zeig dir, wie man Kugeln explodieren lässt. Oh, das sieht gefährlich aus. Das soll es auch sein, Ma. Ich hab ein paar EMP-Granaten von Leuten in Fort Gibson. Probier die doch mal aus. Angeblich durchschlagen diese EMPs die meisten Bestienschilde. Die von diesen Stahlköpfen. Anscheinend bist du bereit. Und vergiss nicht, wer die ganze Nacht für dich durchgehabt hat. Oh nein, sie sind hier. Joe, Todesschwadron auf dem Weg in die Stadt. Los! Alle auf ihre Position und leise sein. Tromedin, was hast du gesehen? Etwa ein Dutzend Hybriden. Und ein Pirscher. Auf der Hauptstraße. Okay. Alle Mann auf Beobachtungsposten. Bleibt in Deckung. Wir lassen sie durch die Stadt ziehen. Wie letztes Mal. Verstanden? Los! Lester, Joe. Geht zur Bowlingbahn. Nate und seine Jungs warten auf euch. Dann los. Komm, Joe. Hier landen. Pssst. Sie sind da draußen. Auf der Straße. In Deckung. Warte, bis sie vorbei sind. Und dann ab in die Tunnel. Los jetzt. Bleiben wir besser in den Tunnel. Wir müssen Nate bei der Bowlingbahn treffen. Los! Sie dürfen uns nicht töten. Sie dürfen uns nicht töten. Klingt, als wären sie weg. Ja. Ich glaube, sie sind weg. Oh, verdammt! Weit hier! Hybriden! Ausschwärmen! Haltet sie hinter dem Graben! Nimm den dabei! Oh! Ich hab den hinter dem Bus! Was ist das? 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 Was ist das?